Es ist 15 Jahre her, dass wir hier mit den Wiener Festwochen, aber auch mit dem Agenturzentrum begonnen haben, das Areal zu besetzen und es auch als Kulturareal ins Bewusstsein Wien zu bringen. Wir werden wahrscheinlich, Sie alle nicht besonders, mit den Beschwerden leben müssen, aber es geht uns darum zu sagen, als wir hierhergekommen sind, da haben wir schon mit Beschwerden begonnen. Das Museumspartier war auch ein Projekt der Irritation, der Reibung und der Beschwerden. Wir haben uns gesagt, was wollen wir mehr als das Wiener Raum zu tun mit einem künstlerischen Werk begleiten. Das Museumspartier war auch ein, was wir haben uns gesagt, was wir hierhergekommen sind, dass wir hierhergekommen sind. Wir haben uns gesagt, was wir haben, dass wir hierhergekommen sind, dass wir hierhergekommen sind. Musik Wir sind hier, um zu fragen, wir wollen zu sagen, was wir mit Schmerz tragen, ein schweres Gewicht zu entspricht. Musik 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 Die kummern jetzt hoch und wir weckern ein Ohr. Wir sagen Sparina, ich stehe ein Rekord. Alles Wohlkühl, alles Kofu mit Zitronenkrass. Die Betonwüsten-Oase am Marketing-Schaß. Ist es öffentlicher Raum? Na no, na net. Eure Perlustrationen, so soll es uns für fett. Und die Fanpage übernahmen, dass der Christen die droht. Wie wär's mit einem Glück Gott für Menschen in Not? Und nun was, warum ist da Falko schon tot? Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. 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 Danke. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.